so willkommen meine freunde zurück zu mir aus so wir sind stehen geblieben lasst mal gucken da auch mal ein gemälde das gleiche oder noch ein gemälde ich gucke die diamanten warte ich gucke aber mal hier müssten noch ich dachte hier kommen jetzt die statuen die wem klitzert denn das Das ist aber falsch. Da musst du. Hier? Ja. Oder da? Nein. Da. Rett! Oh, drücken wiederholt. Ah, umschleitze schon. Ui. Oh mein Gott. Toilettenspülung. Was? Oh mein. Huh. Huh. Oh, wieder da. Ja. Okay. Oh, ich muss die anderen rücken. Oh, ach so. Wo ist die Fluttermaus? Wo ist die Fluttermaus? Hallo, Fluttermaus. Toilett, jetzt kommt die nicht. Hör doch die Dinger da oben. Huh, da kommt die Fluttermaus. Huh. Wihuu. Was ist von da? Hm. Da war ein. Das ist ein Mist. Oh, komm ich nicht. Mist, komm, dann. Mau. Aha. Und wo ist da rein? Sicher? Ich darf nicht in die... Uh! Hä? Nein! Oh! Vergiss nicht weiter! Wenn ich in die goldenen Dinger hüpfe, dann bin ich wieder irgendwo raus. Weißt du? Dann bin ich wieder da durchgezogen. Da war was. Hm. Nein! Da war was. Ich glaube, da muss er in die Seiten rein. Nein, ich muss auf den Topf. Glaube ich. Hm. Ich muss da weg. Warum soll ich da weg? Dann wird der wieder gespawnt. Ja. Ja. Ähm. Oh. Hä? Man muss da rein. Wohin? Da stimmt noch schwimmen. So. Da links waren wir. Waren wir hier schon drin? Ja. Was? Hm. Scheint noch nicht. Ah. Oh. 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 Ach das richtige. Ja. Welches ist das? Ich muss raten. Äh. Ich muss gucken welches da reinpasst. Ne. Das nicht. Oh. Das! Das? Ah ja. Ah. Ach so, das ist das Auge. Aber das sieht nicht so aus wie das. Nee, du brauchst ja in eine richtige Reinfeldung. Ich glaub danach das da. Nee. Das da drüber, das da drüber dann. Das? Und dann glaub ich da drüber das. Warum? Weil das dann das Gesicht ergibt. So danach brauchen wir noch den Mund. Das ist glaub ich das da unten. Ja das hat aber immer so ein... Ja ja. Guck. Das. Siehst du? Hm. Oh. Wow! This place is huge. Wow! This place is huge. Wow! This place is huge. Ha, bin ich gut. Uh, das war auch klar. Uh, das war... Nein, nein, nein! Oh! Ah, nein! Nein! Verdammt! Ach, und ich bin noch schlecht. Mhm. Ja! Ja! Wihuu! Ja! Ja! Was ist oben? Nicht. Klar, da war noch was. Hui! Siehst du, darfst das sein. Ja, geht da hin. Alter! Du hast die Karte verpascht. Hilfe! Oh, da kann ich nicht treffen. Nein! Ich denke immer, da passe ich noch mal kurz durch. Ich denke immer, da passe ich noch mal kurz durch. Nein! Wie die dich ausfixen. Da war es nicht da. Nee! Nein! Oh! Exit! Ich bin schon durch die Tür, da war die noch gar nicht auf. Wissens. Magier. Ja. Micky war sich nicht sicher. Was? Was? Geht es wieder runter? Ah, cool. Was für Eber uns nicht. Laufen, laufen, laufen! Oh mein Gott! Nein! Lauf, Micky! Lauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mit einem Blattstart stirbt sie sich micky in die Unterwassertiefen. Was ist das? Teaming mit hungry Skellifisch. Weiß nicht wo ich hin muss. Da sind Klitsiflitzis. Oh mein Gott, die Knabber! Lass sie abschießen, ne? Ah, ja, 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 ja. Wo muss ich denn hin hier? Ah! Ist schon mal gut. Mein! Je weiter Micky sich Nero über ihn begab, desto sicherer war es. Oh mein Gott, da unten. Oh, sieh mal. Ich hab was gefunden. Eine Statue. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, was ist jetzt? Unbeschämt. Ja, aber du bist noch erst in Achtung. Oh mein Gott. Das kann noch gar nicht daraus kommen. Hey, der hat mich veräppelt. Hey. Ha. Oh mein Gott. So, so. Oh. No. Oh, Mist. Oh, Mist. Ah. Nein. Hätte ja funktionieren können, aber... Okay. Ja, dann. Hallo. Platzi-Platzi-Maus. Was für Platzi-Platzi-Maus. Platzi-Maus, die Teile. Und hier ist noch mal ne Platzi-Platzi-Maus. Toll. Huiui. Was ist das? Tepparoni. Oh, hier kommt noch. Oh. Oh. I like a diamond. Huiui. Oh. Schwimm. Schwimm. Oh mein Gott. Oh Gott! Da kommt die! Ohohohohohoh, bla bla! Hey! Wo ist mein Wasser? Und jetzt! Woohoo! Luft anhalten Mickey, Luft anhalten! Da! Oh my god, nein! Jetzt doch schwimmen wie schnell wie du kannst. Blub 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 blub! o Okay, jetzt kommst du zur Akt 3, also zum Boss. Oha, ich komm richtig gut durch, ey. Wenigstens einer. Dafür war ich den anderen Spielern besser. Was soll ich tun? Was soll ich da rein? Schieß ihn doch mal ab. Ach nee, kannst gar nicht. Musst du gleich da rein? Nein, was muss ich denn machen? Ach, ich muss... Achtung, Apple. Alter. Jetzt drauf. Okay. Doch nicht. Ach doch. Nee, halt immer noch. 3, 4, 6. Nee, der hat 6 Stück anstatt 5. Okay. Der echte ist dahinten. Das sind nicht die echten. Das ist Fake. Ebbe! Auf dich gefasst. Wow. Wow. Und drauf springen. Die zweite. Auf springen. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott, es werden immer mehr. Nee, das sind die letzten. Das sind die letzten. Au, 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 au. Nein. Weg von mir. Weg. Weg. Das ist Erre. Das kommt Erre. Jetzt muss man befassen. Eins. Rauf. Zwei. Rauf. 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 At last. The yellow rainbow gem. Reward indeed for such courage and cunning. So meine lieben Freunde, das war es wieder mit diesem Video, sehr kurz und knapp, dafür schnell und zügig durch. Bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen. Tschö.